Es ist ein großen Sturm aus meiner Haune von uns im Saal. Hier uns die alten Sohne aus der Säule zeigte Gott. Und Gott ein Wimmlein bracht, mitten im kalten Winde. Wollst du dir allein? Amen. Meine Marie, die reine Macht. Aus Gottes ewigen Rat hat sie ein Kind geboren. Wollst du dir halben Tag? 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 Dinkort 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 Dinkert Dinkort Dinkort Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020